So, Freunde, wir sind in der Universität Home hier wieder zurück zu Crossout. Äh, diese Folge wird nur ein bisschen kürzer, weil, äh, ja, ne, weil's so ist. Ne, einfach weil ich hatte vorhin die ganze Zeit schon Internetprobleme und aufgrund dessen kann ich halt jetzt nicht eine Arschlange-Folge aufnehmen, weil die sonst lange brauchst du zum Hochladen. Äh, und ich muss das Ding auch noch rendern, weil ich nehm das immer, also Crossout nehm ich zumindest immer an dem Tag auf, wo ich's auch hochlade. Und, ja, wie ihr seht, ich hab schon ein anderes Fahrzeug als die ganzen anderen Male. Ähm, seht einfach daran, weil, macht Spaß. Und, ja, äh, hab ein bisschen was dran geändert, dadurch, dass ich jetzt Level 10 bin. Ich hab schon mein Radar verloren, das ist ein bisschen doof. So. Weiß nicht, was das hier für ein, äh, Modus ist. Aber, wir müssen irgendwas klauen. So. Er hat die Ware. Er ist wahrscheinlich hier der mit den 6000. Alles klar. What the fuck? Woo! Ich hab ein Hinterrad verloren. Oh shit. Weiß nicht, ob hier jetzt nur ein Raid spielt oder zwei, äh, Raids. Je nachdem, wie lange die Aufnahme jetzt gleich wird. Hier, kabumm. Das sind einfach Minen. Okay. So, oai, yo. Ich könnte auch ordentlich Damage machen. Ah. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das was bringt, aber. So, Return to Battle. So. Jetzt sind wir schon mal schneller wieder unterwegs. Ähm. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt ernsthaft nicht, wo ich hin muss. Wie groß die Map ist und so. Okay, wir haben es anscheinend geschafft. Ja, okay. Die Folge ist jetzt arschkürz. Dann machen wir noch einen zweiten Raid hinterher. Aber einen anderen Raid. So. Nächster Raid. Äh, das ist jetzt Chase. Warum ist das da oben auf Russisch? Okay. Kein Plan. Aber egal. Ähm. Still Enemy Cargo. Zwei Cargo, die wir jetzt stehen müssen. What the fuck? Warum, warum ist das da oben auf Russisch? Okay. Das ist nur eine Beta. Zack. Da haben wir schon mal. Ein Kill. Wir haben vorne auch die Messer vorne drauf. Oi. Was haben wir denn da? Okay. Oh, da wurde ich abgeschossen. Hey, hier liegen überall bei sich die Dinger. Heilige Scheiße. Heilige Kacke. Wir haben ja... Oh, okay. Das war's. Da fehlt mir jetzt vorne irgendwas. Ich wusste es. Ah, wir haben ja... Ein Geschütz runtergeschossen Alter, er fällt einfach über die Min Junge, Junge Wuh! Alter Wir schießen können dir Also hier braucht man echt ein bisschen Zeit Wir sind auch nur zu dritt Ich bin schon fast down Ich glaube die wurde gerade hart geschossen Ich probiere einfach mal drauf zu halten Oh shit Okay, wir müssen ja auch aufpassen wie auf die Fässer Truck Reppens ready Also ich würde sie von hier schnappen Genau wie er und ich was jetzt gerade machen Ist er jetzt komplett raus oder? Eher noch nicht so Alter Wow Okay, Return to Battle Ich weiß nicht wie die fahren Ich weiß nicht wo sie herkommen Es ist schon hart Ja, also jetzt Auf jeden Fall zieht sich jetzt die Folge Ich hoffe das bleibt trotzdem unter den Minuten 15 Minuten Steal the enemies Müssen wir da ran oder? Müssen wir da ran oder? Ich fahr mal hier rum Ich wollte jetzt nicht unbedingt durch die ganzen Minen da hindurch fahren Weiß ich nicht, wie müssen wir das denn machen? Okay Komm, der ist gleich tot Ich bin alle hier gleich tot Einfach drauf jetzt, Leute! Und dann So vieles drauf Alles klar Da bin ich wohl down What the fuck, wie soll man das denn machen? Von dem? Alter Da hab ich echt keine Ahnung Wie Also Ich würde sagen, mach's das für diese Folge Bis zum nächsten Mal und tschüss